Boah, das ist schwierig. Warte. Na, oh ja, jetzt ist mir was eingefallen. Gestern zum Beispiel rufe ich meinen besten Freund an und frage ihn, was er so gemacht hat die letzten Tage. Erzählt er mir, dass er gestern was trinken war mit seinem besten Freund. Entschuldigung. Sekunde, hallo. Geht schon wieder. Nein, wir stehen dann so viel zum Thema Glück. Mich scheiß es nur einer die ganze Zeit.